Meine Damen und Herren, Hightech made in Germany macht uns zu guten und gefragten Kooperationspartnern Und daher spricht vieles für den Erfolg der ILA auch in diesem Jahr. Ob Besucher oder Veranstalter und Aussteller, den einen wünsche ich anregende und aufregende Luftschautage, den anderen wünsche ich gelungene und gewinnbringende Messetage und darf die ILA damit eröffnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Denise, ich bin anderthalb Stunden mit meinem Freund hierher geflogen und eine geile Airshave gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin der ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.